Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube Channel zu einem neuen Spielchen und zwar zu einem neuen Survival Game, möchte man sagen und behaupten und zwar Night of the Dead heißt das Ganze. Ich habe das schon mal im Stream gespielt, so knapp 20 Stunden hatte ich mal geguckt, habe nachgeguckt, knapp 20 Stunden waren es glaube ich gewesen und ja, ich würde tatsächlich gerne daraus eine kleine YouTube Serie machen, wie jetzt die letzten Survival Games quasi und so wie quasi Voidtrain oder so. Voidtrain ist ja jetzt ausgelaufen und das jetzt ist jetzt das nächste Survival Game, denn ihr wisst ja, ich spiele auch sehr, sehr gerne Survival Games, die machen echt Spaß und ja, bevor ich jetzt hier lange im Menü rumhocke und nichts tue und irgendwelchen Stuss erzähle, drücke ich auf Spiel starten. Ja, das äh, ich habe das mal gespielt, nochmal im Stream vor kurzem auch, ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen länger her, was heißt vor kurzem, das war noch vor Weihnachten glaube ich, da habe ich diesen jungen Mann erstellt und äh, ja, ähm, das ist Detlef und das ist übrigens die Hauptcharakterin, die man spielt, also das ist die vorgefertigte und wir erstellen jetzt erstmal einen neuen Charakter. Ich möchte gerne männlich spielen, ich würde gerne ein wenig, ich wäre gerne ein bisschen, oh, braun gebrannt, das ist schon sehr extrem, ne, oder? Ja, würde gerne so ein bisschen, ja, so, das passt, das ist ganz gut. Haarfarbe hätte ich gerne ein bisschen gräulicher, nicht so ganz weiß. Glanz, Glanz, wir können sogar die Haare glänzen lassen, muss man mal ein bisschen matter, Hautfarbe glänzen. Oh, dann sehe ich aus, wäre ich eingeült, oh, mh, komme ich gerade aus meiner Bodylotion. So, ich hätte nicht ganz, ganz grau, sondern mit Z kann ich reinzoomen, ah, okay, äh, Kamera bewegen, AD, ah, W nach oben, also, hä, kann ich denn, das ist, das ist komisch, das ist sehr komisch, okay. Ja, aber das ist, glaube ich, schwarz. Ja, so, ja, so hätte ich das gerne, so, grundlegend haben wir, dann machen wir das Gesicht. Vielleicht, wie sehen wir den aus? Äh, nee. Gott hat der große Lippen. Was ist denn mit den Lippen? Alter, Alter, was ist denn mit, mmh, mh, mh, ja, mh. So. Warte mal, ich muss noch mit Q nochmal zurückgehen, den hatten wir noch nicht. Okay, ja. Ja, könnte mir gefallen. Okay. Ich weiß noch nicht. Vielleicht mache ich daraus auch eine extra Folge. Mal gucken. Ähm. Okay. Oh ja. Hallo, Freunde. Ich bin gut ernährt, muss man sagen, bei dem jungen Mann. Äh, der hat auch so dicke Lippen. Was ist denn mit den Lippen? Alter. Oha. Das sind aber sehr weibliche Züge, wenn ich das mal sagen darf. So wie so eine Granny. So. Der gefällt mir. Den nehme ich, glaube ich. Der ist so ein bisschen jugendlicher. Ich möchte auch mal wieder jung sein. Ja. So, die Haare. Nein. Obwohl ich die immer noch cool finde. Ähm. Wir nehmen natürlich etwas. So, so ein bisschen älter schon, ne? Wir nehmen natürlich etwas, was ein bisschen mehr ins ältere Schema passt. Das ist auch sehr schön mit der Landebahn hier oben. Ich finde, das ist sehr, sehr toll. Ähm. Aber, nee. Manchmal sind da eher so weiblichere, äh, Haare dabei, ne? Kaum männliche. Hm. Ja. Auch schön. Aber nicht so wirklich was, was mir gefällt. Also. Ich bin überlegen, ob ich das Gesicht doch noch mal ändere. Äh, warte. Hm. Ja, vielleicht, ja, vielleicht, ja, vielleicht nehme ich doch lieber den. Und dann, soll ich dabei bleiben? Ich, oder? Ich, genau, ich, genau. Ich nehme, glaube ich, die hier. Ja. Ich glaube, ja. So, Augenbrauen. Braun Position. Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Was? Was macht das? Stirngröße? Boah, Alter. Boom, boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. So. Das sieht gut aus. Äh, Augen. Oh, ich habe große Augen. Große Augen. Und ich habe sie geschlossen. So laufe ich durchs Leben. Natürlich das Beste. So laufe ich durchs Leben. Ich habe mein Leben sehr gut im Griff. Ich habe mein Leben sehr gut im Griff. Ja, ja. Ja, ja. Ihr wisst ganz genau, wie ich meine Augen, mein Leben im Griff habe. Meine Augen auch, aber oah. Ja, so glaube ich. Ich finde das schön, dass es so ein Detail gibt, muss ich sagen. So, Nasenposition. Äh. Äh. Ähm. Alter. Wir werden zwischendurch mal in die, in die Außenperspektive gehen. Und, äh. Oh, Alter. Ja. Ja. Hallo, Freunde. Wir spielen heute The Night of Death. Nuhuhuhuhu. So. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich bin eine Dase. So. Ähm. Ja. Äh. Ich mache mal so. So ist glaube ich ganz gut. Ja, das passt. Das ist okay. So, der Mund. Bart kommt auch noch. Freue ich mich. Mund offen. Äh. Also, ach, das geht auch. Ach, das ist ja supi. Hallo, meine Freunde. Wir spielen heute The Night of the Dead. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Flexi. Und wir zocken heute. Danke, dass du eingeschaltet hast. Mama. 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 Mein Gott, warum gibt's so ein Feature? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse lieber zu. Oder ein bisschen Dings. Das ist breite. Boah, breiten Mund. Dicke Lippen. Dicke Unterlippen. Alter. Hm. Aber so, ja. So finde ich es ganz gut. Aber ich hätte gerne dünne Lippen. Dicke Lippen soll haben. So, Kieferbreite. Ähm. Dass es umfangreich ist. Das ist übrigens auch neu. Das gab es damals noch nicht, wo ich das gespielt habe. Da kann ich mich noch dran entsinnen. Damals, wie ich das allererste Mal gespielt habe, gab es sowas noch nicht. Also so einen ausführlichen Editor. So, Schnurbert. Was nehmen wir denn? Ah, hier so ein Pornobalken. Auch schön. Ich glaube, ich nehme... Der sieht, glaube ich, ganz gut aus. Muss ich noch irgendwie gucken wegen Farbe. Ach, Schnurbert, Farbe passt sich, glaube ich, den Haaren an, glaube ich. Ich glaube, das kann man sonst nicht einstellen. Aber ich glaube, ich nehme... Oder? Haben uns schon länger nicht mehr rasiert. Einen Vollbart hätte ich gerne. Ah, das ist ja süß. Also hier so, der so noch mit Koteliten ist. Und... Ah, warte mal. Geht das noch weiter? Nee. Ich dachte erst. Nehme ich den? Porno Udo. Ich nehme den Pornobalken. So, Tattoo. Ja. Oh, aua. Ah. Uh, ah. Das sieht nur frisch aus. Aua. Das auch. Ähm. Okay. Okay. Kriegsbemalung. Oh. Süß. Ähm. Ja. Ja. Nein. Nein. Oh Gott, das ist geil. Joker. Alter Schwede. Aber ich glaube, ich möchte eher beim Clean bleiben. So. Ich würde gerne... Muss ich jetzt speichern? Einfach weiter, ne? Arbeitslos. Wir sind also arbeitslos. Wir sind, äh... Stadt... Dien... Stadt... Staats... Staatsdiener. Angler. Äh. Forscher. Marathonläufer. Charakternamen. Ah, hier. Ähm. Wie nennen wir unseren Namen denn mal? Ich nenne ihn einfach mal ganz normal. Flexi. Oder... Nee, ich weiß was. Kurt. Unser Kurt. Kann ich keinen Großbuchstaben machen? Doch. Gurt. Ohne Helm und ohne Gurt. So. Beruf. Wir sind arbeitslos. Okay. Staatsdiener. Gedächtnis 1. Zusätzlich Schaden an Bäumen. Stein. Ach so, übrigens, die Übersetzung ist nicht ganz hundertprozentig... Ja, übersetzt vernünftig. Also wundert euch nicht, wenn da ein paar Worte oder so, die, äh... nicht ganz stimmen. So, Ausdauer. Erfasst das Schaden. Okay, bei arbeitslos bleibt alles auf 1. Okay, verstehe. Ah, hier kriegen wir noch Punkte dann. Gewöhnliche Personen. Staatsdiener kriegen wir 5 Punkte. Vitalität. Angler. Forscher. Marathonläufer. Spediteur. Autodieb. Zusätzlich Schaden an Zombies. Sprungkraftschaden. Vitalität. Urteil. Heilkraft von Gegenständen. Ausweichrate. Aufmerksamkeit. Geräuschreduzierung und Bewegungsgeschwindigkeit. Ah, okay. Jäger. Jäger ist schon sehr Porno, ne? Muss man sagen. Jagdwissen. Minus 7. Eigenschaften. Kann ich hier auch noch was machen? Achso, das kann ich noch mit reinnehmen. Achso, das ist das Standard. Wenn ich das jetzt hier wähle. Ich würde, glaube ich... Was nehme ich denn? Ich bin so ein Forscher. Würde ich, glaube ich, nehmen, oder? Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Ich glaube, ich bin ein Forscher. Würde ich glauben. Alter, wie umfangreich. Das gab es damals auch nicht. So, unser Kurt ist Forscher. Magen aus Stahl. Heilkräfte. Geht nach oben. Das zieht dann... Achso, wir haben 14 Punkte. Achso, okay. Verstehe. Zwei Herzen. Ausdauerrennerin. Gehrennerin. Mein Gott. Regeneration. Kreativität. Abrissgeschwindigkeit. Ausweichrate. Geräuschreduzierung. Geräuschreduzierung. Wir haben ja hier... Haben wir das ja eigentlich relativ... Mit zwei Punkten schon zusätzlich, ne? Dann würde ich sagen... Die Ausdauer hätte ich gerne. So, dann haben wir noch 12 Punkte. Was haben wir hier? Negative Eigenschaften. Haltkraft von Gegenständen. Gehen runter. Achso, da kann man das ausgleichen mit... Achso. Zusätzlicher Schaden an Bäumen. Stein und Eisen. Haben wir das auch hier irgendwo? Schauen wir gerade mal. Äh... Lalalala. Hier. Dann kriegen wir wieder welche dazu. Okay, alles klar. Dann würde jetzt hier quasi... Ähm... Die fünf dann ausgeglichen sein. Dann würde ich... Äh... Schaden mit Fernkampfwaffen. Strangkampfwaffen. Sprungkraft. Geräuschreduzierung. Linkshänder. Dickhäuter. Erfasster Schaden. Hätte ich gerne. Geschwindigkeit zur Fertigstellung. Ist, glaube ich, auch ganz gut. Bewegungsgeschwindigkeit ist, glaube ich, auch supi. Ich weiß gar nicht. Haben wir Bewegungsgeschwindigkeit irgendwo? Okay, zwei. Das würde ich, glaube ich, lassen. Ähm... Scharfe Krallen. Kritischer Schaden. Kritische Chance. Oh, das geht auf minus fünf, ne? Das ist schon heavy hier auch. Gewinn-XP-Betrag. Das ist natürlich sexy. Hochwertige Ausrüstung. Droprate. Uh, das kostet fünf alles. Umweltschutz. Materialausstattung beim Abreißen. Äh... Material... Material... Erstattung. Ah, das ist gut. Kann ich alles erstatten lassen? Oder wie? So. Ausbreichrate. Äh... Große Knochenschaden. Zusätzlich Schaden an Zombies ist vier. Dann hätten wir noch vier übrig. Würde ich nehmen. Ähm... Was haben wir denn sonst noch hier? Fernkampfwaffen. Zusätzlicher Schaden an Bäumen. Leichtgewicht. Sprungkraft. Abrissgeschwindigkeit. Magen aus Stahl. Was haben wir denn hier noch? Stärke gehabt. Schaden und Sprungkraft. Sprungkraft können wir noch nehmen. Und... Ausdauergegernation hatten wir, glaube ich. Ausdauerverbrauch bei Angriffen. Und beim Ausweichen. Haben wir sowas auch? Ausdauerverbrauch? Hier. Gute Körperhaltung. Dann haben wir noch einen Punkt. Den können wir nicht verteilen. Ich würde aber sagen, das ist, glaube ich, ganz gut. Hier unten, weiß ich nicht, dieses... Ich meine, ich kann ein bisschen was hinzufügen. Aber... Das mit besseren Droprate und so, das... Ja, ich weiß nicht. Ich lass das mal. Äh, denn... Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir werden das auch schon so hinkriegen. Also der Kurt, der schafft das so. Der Kurt ist ohne Helm und ohne Gurt. Und, äh... Ja, als... Als Erforscher oder Forscher würde ich sagen, starten wir rein. Und legen los. Erschaffen. So, wir haben Kurt erschaffen. Und ich würde sagen... Äh, äh... Mach ich das als Extra-Folge? Ich glaube, ich mach das als Extra-Mini-Folge. Und, äh... Ja. Würde in den Singleplayer wechseln. In Multiplayer geht das auch. Ich mach jetzt mal Singleplayer. Äh, beziehungsweise... Das machen wir in der nächsten Folge. Mal schaltet hier wieder ein. Wenn es dann losgeht... Ich denke mal... Die Folgen werden relativ zeitnah beieinander kommen. Folge 1 und Folge, äh... Ja, Folge 1 und Folge, äh... Äh, 0. Beziehungsweise Folge 0 und Folge 1. Weil das ist ja 0. Mach ich mal. Und, äh... Folge 1 kommt dann relativ zeitnah danach. Vielleicht eine Stunde später oder so. Aber ich glaube am selben Tag. So. Wir sehen uns bei der Folge 1. Bis dann. Bis dann. Bis dann. ...